Servus Leute, herzlich willkommen bei Kaleidoscope, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, stimmt ja auch. Und zwar spielen wir hier so ein bisschen Warship mal wieder. Fire Day ja so ein bisschen, hoffe ich. Und wir machen ein Gefecht, ne? Gefecht, Gefechtchen. Was nehmen wir denn hier? Wir nehmen mal die Black Swan. Ja, das nehmen wir. Gefecht, wir wollen aber... Zufallsgefecht. So, zack. Wohl war ja vorher auch schon drin. Naja, okay. Ja, damit wollen wir mal wieder so ein bisschen zocken hier mit euch. Also ihr schaut zu und hört meiner Stimme zu. So, dann gucken wir mal, was so passiert hier bei Warships. World of Warships, by the way. Finde ich eigentlich ganz nice. Es ist ein bisschen ruhiger als World of Tanks, aber dennoch ist das eigentlich, wie ich finde, ein ziemlich cooles Game. Ja, und wir warten halt. Jo. Ja, wir warten halt. Ja, dann warten wir halt, ne? Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, macht es tuuut. So, wir... Schon wieder Polar. Och, nicht schon wieder. Ey, immer Polar. Polar ist so kalt, weißt du? Mann, ey. Ja, starten wir das Gefecht, ne? So, da sind wir hier. So ein bisschen ran können wir, ja? So. Verstöre gegnerische Schiffe oder eroberen sie die Basis. So, wir machen mal volle Kraft... Volle Kraft voraus. Ja, ich wurde gerade hier von meinem... ersten Offizier so ein bisschen gestört. Ja, gut, das ist nicht das schnellste Schiff, gebe ich ja zu. Wenn du mal guckst hier, wie die da jetzt alle schon so rumrasen. Ja. Ja. Was würde jetzt Captain Aarham sagen? Da vorne bläst er! Besser gesagt, würde ich sagen, davon schießt schon jemand. Wir gehen mal so ein bisschen auf Flankierfahrt. Ich komme mir vor wie so ein Kreuzfahrtschiff, weißt du? Das fährt zwar unser Union Jack. Ja, gut. Ja, danke schön, danke schön, danke schön. Da vorne. Ja. Ich hoffe, ihr habt gut genug Munition mitgenommen. Ja, ich will nicht in Spicula. Das ist immer ein bisschen nervig. Ich bin echt gespannt, ob ich in diesem Game... Vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Ja, dann repariert doch den Scheiß. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Ich sag richtig hier, Action Satisfaction hier. Glaub ich ja nicht. Ist doch wohl ein Feind hier. Rot Feind. Leichter Schaden, ja ne, ist klar. Ja, also, das Schiff, ja, ist jetzt nicht das geilste, ne. Muss ich jetzt mal so neidlos anerkennen. Das ist nicht das geilste Schiff. Alter, das hat mir noch nie Glück gebracht, dieses Scheißschiff. Ja, die, die, ne, machen die da irgendwie Poolparty? Irgendwie ist da nicht so viel los bei denen hier. Die schippern da so außenrum, so, ne. Lolololololo. Wir schippern, wir schippern. Ja, der schießt gegen Felsen. Wollst du... Warum schießt der gegen die Felsen? Der schießt gegen die Felsen. Hallo Leute, hallo. Wow. Mann, der... Ja, der schießt auf Feinde. Und der schießt auf Felsen. Vielleicht gewinnen wir ja nochmal. Kann ja vielleicht sein. Alter, wie lange braucht der denn, um dieses Scheißschiff da zu zerstören? Der schießt drüber oder zu kurz? Ja gut, der schießt auch jetzt nicht viel besser, aber... bisschen besser. Ja, und der weiß gar nicht, wo er hinfährt. Der ist auf einer Kreuzfahrt. Ne, so Traumschiff. So, ungefähr. Ja, der macht ja eine Butterfahrt. Wo schießt der denn hin? Man soll ja ein bisschen vorhalten. Ja, klar, aber nicht so weit. Irgendwie schießen die Gegner besser. Die anderen schießen da nur so blöd dran vorbei. Ja, du hast da so leicht ein zerstörendes Schiff hier. Der fährt da hinten seine Butterfahrt. Nice. Der fährt auch seine Butterfahrt. Der ist total in Action hier. Der wird von drei, vier Seiten geschossen. Und die anderen tümpeln da hinten vor sich hin. Also, wo ist denn der Kampf? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der Kampf? Ja, ich... Ja, ich mach dir Titanic nach. Ey, Leute. Ja, so ein bisschen Action wär ja schon mal ganz geil bei dir hier, mein Kollege hier. Aber der, keine Ahnung. Der dümpelt da vor sich hin, so. Der... Der sollte mal reparieren. Hallo, Leute. Könnt ihr jetzt mal langsam zum Ende kommen hier? Bitte? War jetzt auch nicht schwer zu erraten. Weil die treffen und die anderen schießen daneben. Ja, Amerika ist pazifistisch unterwegs hier heute, kann das sein? Die... Seid ihr auf dem Angelausflug, oder was? So ein paar Dorsche fangen, oder was? Wie wär's denn, wenn du mal schießen würdest? Wär ja mal ganz nice, oder was? Oder bist du AFK? Gleich haben die dich. Ja, fast. Alter, was macht der da? Und mit solchen Leuten war ich im Team. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja gut, die anderen sind auch keine... Sind auch nicht die hellsten. Was hat er da gemacht? War das ein... Angelaausflug, oder so? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich ein Angelaausflug. Ich hatte doch hier... Nehmen wir die hier mal. Hat der... War der irgendwie... Keine Ahnung. War der Angeln? Ja, wir... Wir mischen uns nicht ein. Wir sind Amerika. Wir mischen uns nicht ein. Wir sind Amerika. Wir mischen uns nicht ein, ne? Waren die Angeln? So Dorschangeln? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, das wird eine längere Folge, weil ich mit... So ein bisschen Erfolge doch haben. Also der eine, der macht da eine Butterfahrt. So, ne? Jetzt auf der linken Seite sehen sie den Eisberg, der die Titanic zum Senken gebracht hat. Zum Sinken gebracht hat. Und auf der linken Seite sehen sie dann auch noch gleichzeitig das Denkmal von Leonardo DiCaprio. Wegen dem Film Titanic. Und auf der rechten Seite sehen sie einen McDonalds. Oder was hat der da gemacht? Meine Fresse. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der geilste Spieler davon, aber so ein bisschen, ne? Mehr Action hätte ich mir schon gewünscht. Und das ist unser Pracht-Boat hier. Drei-Viertel-Kraft voraus, Captain. Wenn wir den Anker lichten. Und den Anker lichten wir in... Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Let's go! Wir kommen schon in Bewegung! Ja, ich find das so geil, dass auch die verschiedenen Schiffsklassen auch verschiedene... Geschwindigkeiten haben. Ist ja auch logisch, ne? Wenn man hier guckt, das ist ja nicht gerade so ein kleines Schiffchen hier, ne? Das ist ja schon so ein bisschen... ein bisschen größer hier, ne? Aber mit denen hab ich eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Aber das Wasser haben sie neu gemacht. Kann das sein? Also die Wellen und die Gischt, die da so... Naja, Gischt, kann man das jetzt nicht sagen. Wir sind jetzt auf der Feindfahrt. Ich hoffe, da ist jetzt kein... äh... Butterschiff unterwegs, also Kutter. Ja, ich auch. Volle Kraft voraus, Kapitän, ja! Ja, das Nachladen dauert so lange, ne? Ach, da ist auch noch einer. Feuerfreu! Feuer aus allen Rohren! Ja, dann repariert doch den Scheiß her! Der Scotty macht das von alleine! Der sagt dann hier, äh... Kirk, wie lange braucht denn das? Ja, so drei, vier Stunden. Ich geb dir zwei. Okay, ich mach's in einer Stunde. Das ist Kirk, weißt du? Das ist Kirk, weißt du? Ja, jetzt repariert ihr auch mal, ja Leute, meine Fresse hier! Ja, man muss auch ein bisschen die Geschwindigkeit immer so ein bisschen ändern und auch, ja man muss ja nicht sich wie so ein Dorsch, wo wir da bei Angler-Lateinen sind, muss man auch mal so ein bisschen die Geschwindigkeit ändern, die Richtung ändern. Aber das war schon geiler. Oh, oh, da ist ja auch schon vor, nicht schade. Ja, dann links hier, da ist doch da, 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 da! Alter, du wirst verlieren, Alter! Du wirst verlieren. Gib Gummi, Alter. Was bleibst du da stehen? Richtung ändern. Alter, du wirst verlieren. So, jetzt liegt es an dir. Jetzt liegt es an dir, mein Freund. Da hinten ist auch noch einer. Der sieht aber auch schon ordentlich beschädigt aus. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, da macht der auch hier Butterfahrten. Der spielt jetzt die Titanic nach. So, ich hasse solche Leute, die sich dann einfach nur so irgendwo verstecken, verschanzen, nur damit ihr Schiff nicht kaputt geht, weißt du? Wolltest du einen Wal fangen, oder was? Der spielt lieber Titanic nach, weißt du? Wir sinken! Klar, es ist aussichtlos, aber der hat sich schon die ganze Zeit... Warum ist ein Schiff da noch komplett heile? Der hat sich da gar nicht eingemischt. Der hat da von hinten so ein bisschen geguckt, ne? Wo kann man schießen? Ah, jetzt wird da fertig gemacht hier. Gibt es eigentlich bei World of Warships Boote? Das wäre echt mal cool. Weiß das jemand? Ja, die Franzosen gehen sang- und klanglos unter. Alle haben in meinem Pimmelboot drei Boote versenkt. Okay, ich will jetzt hier nichts. Jeder spielt anders, ist auch klar, aber... ...die ich da so raushalten. Ist jetzt auch nicht so geil. Ja, das war's mit dieser Folge World of Warships. Und wer kann mir das mal sagen? Gibt es auch U-Boote? Weil ich hab da irgendwas gesehen bei World of Warships, als ich das Update gezogen hab. Irgendwas mit U-Boote. Gibt es U-Boote in World of Warships? Schreibt's mal rein in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren, weil das wäre bestimmt nice. Okidoki, dann habt noch einen schönen Tag. Bis dann im Anski. Euer Andi. Ciao, ciao.